Willkommen! Wiederum habe ich eine ganz besondere Willi Schillig Garnitur für Sie. Und zwar das Modell Softie 123 13 Softie Plus in einer zweiteiligen Kombination mit Armteilkissen Leder Longlife Z7742. Ein ganz tolles naturbelassenes Longlife Leder mit dem Finish drauf, aber die Haut, die Narbung ist naturbelassen. So, was kann diese Garnitur? Nun, erstmal können Sie toll drauf sitzen, etwas weicher, nicht weich, mittelfest würde ich sagen, schöner Sitzkomfort. Sie haben hinten einen Rasterbeschlag, Feinraster. Jetzt habe ich hier einen echten Hochlehnenkomfort mit Schulteranlehnung, mit Kopfstütze. Dann kann ich natürlich das gleiche hier machen. Ich mache das mal wieder runter, weil es sieht besser aus, wenn es unten ist, finde ich. Ästhetischer, nicht so wuchtig, aber bequemer ist das natürlich so. Und Sie haben natürlich hier die Liege. Ich liege besser, wenn ich es unten habe, aber das können Sie selber ausprobieren, wie das für Sie am besten ist. Das kommt auf Ihren Wunsch an. Eine Garnitur, die von den Maßen her erträglich ist, auch für kleinere Wohnungen. Ich sage Ihnen mal, was Sie Platz brauchen. Sie brauchen 2,70 Meter hier und 1,82 Meter dort. Diese Garnitur ist das Original-Fotomodell. Sie wurde gebaut, zum fotografiert werden und dann war der Zweck erfüllt. Softie Plus von Willi Schillig. Eine ästhetische Garnitur mit viel Wohnkomfort. Für Sie würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss.